Der Befall mit Ackerbohnenkäfern hat in den letzten Jahren stark zugenommen. Das stellt nicht nur die Nahrungsmittelindustrie, sondern auch die Saatguterzeugung vor große Herausforderungen. Der 4 bis 5 mm lange Ackerbohnenkäfer befällt bevorzugt Ackerbohnen. Doch auch andere Schmetterlingsblütler wie Lupine und Erbse werden als Wirtspflanze genutzt. An Erbsen kann der Ackerbohnenkäfer leicht mit dem Erbsenkäfer verwechselt werden. Doch anders als bei diesem weist das Hinterleibsende des Ackerbohnenkäfers keine schwarzen Flecken auf, sondern ist durchgängig hell beharrt. Die Entwicklung zum ausgewachsenen Käfer findet im Samen statt. Vorzugsweise schlüpft der Käfer im Frühjahr durch ein kreisrundes scharfrandiges Loch ins Freie hervor. In geschützten Vorratsräumen kann der Schlupf schon im Herbst oder Winter erfolgen. Ackerbohnenkäfer können sich allerdings nicht im Lager vermehren, sondern sind ausschließlich Freilandschädlinge. Im Frühjahr verlässt der Käfer bei Temperaturen um die 18 Grad Celsius sein Winterversteck und fliegt zu den blühenden Hülsenfrüchten. Dabei orientiert er sich am Geruch und kann Strecken von bis zu 15 Kilometer zum nächsten Feld zurücklegen. Der Befall geht von den Feldrändern aus, da sich dort die Weibchen zunächst für etwa zwei Wochen vom Pollen ernähren, bis die Eier zur Ablage gereift sind. Bis zu 30 Eier kann ein einziges Weibchen an Fruchthülsen ablegen. Die Larven schlüpfen nach zwei bis vier Wochen und bohren sich in die Hülse und Bohne ein. Dabei können sich mehrere Larven in einer Bohne entwickeln, die den Samen von innen aushöhlen. Die so geschädigten Bohnen brechen dann leicht beim Ausdreschen und es kommt zu direkten Ertragsverlusten. Während die Keimfähigkeit nur leicht beeinträchtigt wird, ist befallenes Saatgut anfällig für Pilzkrankheiten. Vorbeugend gegen einen Befall sollte gesundes Saatgut verwendet werden. Erntereste und Ausfallsamen sollten durch tiefes Einarbeiten oder Beweidung zerstört werden. Unbedingt ist der Durchwuchs im Folgejahr zu kontrollieren. Eine direkte Bekämpfung im Feld ist schwierig, da die Eiablageorte der Käfer durch Insektizide nur unzureichend getroffen werden. Im Lager sind Kieselgur- und Leerraumbehandlungen gegen Ackerbohnenkäfer wirkungslos. Eine Kohlendioxidbegasung kann aber den Larvenfraß im Samen stoppen und den Käferschlupf in verkauften Produkten verhindern.